Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei... ...diese Life-Film, wollte ich bereits sagen... ...bei Allo 1404 in der IAM-Mod, die ab jetzt auch wirklich unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Das habe ich bei den ersten paar Folgen einfach vergessen gehabt. Wir haben in der letzten Aufnahme den Kurfürsten abgeschlossen. Wir sind Kurfürst. In dieser Aufnahme widmen wir uns dem Baumeister. Es ist im Endeffekt genau das gleiche, nur noch viel, viel mehr. Wir müssen einen Kaiserdom errichten. 10.000 Einwohner weltweit ansiedeln und 5.000 Adelige ansiedeln. 5.000 Adelige ist tatsächlich mehr Adelige, als ich in diesem Spiel jemals angesiedelt habe. Weil ich niemals so weit gespielt hatte. In diversen Endos spielt was. Da bin ich meistens nur so bis zur... Ja, aber mein Maximum war so bei 4.000 Adeligen, damit ich die Brokert-Gewänder so produzieren durfte. Auf alle Fälle... ...Baumeister. Werden wir jetzt. Nachdem wir jetzt so unser Kurfürstiges Prestige zusammengesetzt haben, wird es halt einen oben drauf setzen und zu beweisen, dass wir einfach den Größten haben. Und mit dem Größten meine ich den Größten Blick für ästhetisch riesige Städte. Genau. Natürlich arbeitet es ja eher etwas, weil wir damit schöner bauen können. Wir werden das natürlich nicht so machen, dass wir eine schöne Stadt bauen. Da, wo wir auch dann den Kaiserdom und sowas alles stehen haben. Und die übrigen Adeligen, die wir dann... Die übrigen Adeligen, die 1.500 Adeligen, wir dann woanders an. Oder wir kriegen hier noch unsere eigene Siedlung drauf. Auch möglich. Wir probieren auf jeden Fall eine kleine Planstadt anzulegen. Da wir letztens mit den Straßen rumgespielt haben... Bitte, Ladebildschirm macht schneller. Da wir letztens schön mit Straßen rumgespielt haben, können wir das dann gar nicht normal machen. Mit dieser Insel können wir es mal gar nichts anfangen. Probieren wir mal was. Die Karte neu starten, hat das letzte Mal nicht geklappt. Gehen wir einfach zurück zum Hauptmenü gehen. Und einfach so ein neues Spiel starten. Kriegen wir dann vielleicht eine bessere Insel? Ansonsten müssen wir nämlich bis zum Bürgern gehen, unser Flaggschiff bekommen und dann eine andere Insel besetzen, die wir dann zu unserem... Schweigen. Werden Sie Kurs, verdienen Sie sich den Titel eines Baumeisters. Die wir dann zu unserer Hauptinsel machen. Einfach mal abchecken, ob wir danach immer die gleiche Karte haben. Ich glaube, die arbeiten ein bisschen nach dem Endlosspielprinzip. Ich kann natürlich auf dem Laptop mal ganz kurz... Ja, es müsste Folge 640 sein, die gerendert werden müssen... Äh, die hochgeladen werden müsste. Äh... Da. Lade hoch. Oh. Guck mal, guck mal, zwei... Sieh an. Wir kriegen uns 20 unterschiedliche Inseln. Aber mit Sensen... Euch wurde diese Insel... Ach, das ist die gleiche Insel wie damals. Wie bei uns. Nur umgedreht ja ein bisschen. Da war unser Konto nämlich hier. In der Bucht. Ihr denkt, ihr seid zum Baumeister berufen? Ein Monument zu errichten, ist das Minden. Ich hätte zugegebenermaßen am liebsten die Pfannkucheninsel. Wie insel... Wenn ich mir nicht... Weil wir die Karte halt nicht aufgedeckt haben, kann ich nicht wirklich sehen, ob die Karte... Wir switchen da ein bisschen durch. Wenn das zu lange dauern wird, dann werde ich das dann, äh... Gnädigerweise kürzen. Denn für eine so große Stadt wollen wir definitiv eine ganze Menge Leute haben und ich brauche eine ganze Menge Bauplatz für die Dinge, die wir vorhaben. Verdienen Sie sich den Titel eines Baumeisters. Nein, Laptop. Du machst das gerade ganz falsch mit dem Hochladen. Mal schauen, ob ich nicht mehr die Folge finde. In dem riesigen Haufen aus Videos. Bevor der Ladebrettend durch ist. Ähm... Da war es gerade... 640 hochladen, bitte. Beim ersten Mal hochladen funktioniert es nie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sagt er manchmal, dieser Teil wird nicht erkannt oder manchmal tut er es sonst wieder hochladen. Äh, ja. Euch wurde diese Insel als Lehen zugedacht. Gründet eine Siedlung und bringt das Land zum Erblühen. Ihr denkt, ihr seid zum Baumeister berufen? Das denke ich durchaus. Ein Monument zu errichten ist das Mindeste, um diesen Titel zu erwerben. Ich überlege gerade, wie viel wir machen können. Also wir könnten zwar unsere eigene Statue aufbauen? Ah, aber ich glaube nicht, dass das das Zielführendste wäre. Was haben wir an Ressourcen hier zur Hand überall? Vier Steinbrüche ist ausgesprochen gut nützlich. Drei Eisen, bisschen Salz, bisschen Kohle. Ah, dann arbeiten wir mit dem, was wir gekriegt haben fürs Erste und hoffen, dass wir nachher eine gute Insel bekommen, wo wir auch arbeiten können. Jetzt muss ich jetzt mal... Na, ich hätte auf die Pfannkuchen gehofft, damit wir den Dom da irgendwie drauf sitzen könnten. Und die Insel... Die Inselwelt ist immer noch ziemlich klein. Folgendes. Wir agieren diesmal ein bisschen ungewöhnlich. Wir sorgen erstmal dafür, dass wir Bürger kriegen. Dann erkunden wir die Inselwelt, bevor wir irgendwas weiterbauen. Und wenn sich herausstellt, dass es keine bessere Insel für unsere Metropole gibt, dann müssen wir hier ein paar Abrissarbeiten durchführen. Wir reißen einfach alles an, was wir aufgebaut haben und ersetzen das an sich irgendwas Neues. Wir können theoretisch die ganze Nordstadt hier diesmal bauen, anstatt die Süd... Na, na, die Nordstadt ist besser für Agrarsachen, weil wir gerade unsere Strecken haben und uns weniger hier durch, äh... verschiedene Dinge durchquetschen müssen. Die Insel ist im Endeffekt insgesamt nicht sonderlich optimal für unsere Vorhaben. Fürs Erste... Fürs Erste achten wir mal nicht auf das Aussehen an dieser Siedlung. Ja, ich weiß, es ist ungewöhnlich, aber... Der Hauptgrund liegt darin, dass diese Siedlung einfach für uns nicht die Entsiedlung sein soll. Äh... Ja, das... Folgendes. So, einmal so eine Straße setzen, damit wir... hier mehr Platz haben. Damit wir mehr Hütten setzen können. Hier setzen wir dann die... 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 die Kapelle oder die Kirchen. So, jetzt müssen wir auf Holz raten. Und Schub geben. Ihr werdet mal glücklich. Zu allererst müssen wir nämlich jetzt wie immer unsere Leute zusammen kriegen. Sie stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Der Aufstieg eurer Siedlung ist bemerkenswert. Bravo! Was haltet ihr von einem Ort, an dem das Volk sich versammeln kann? Nicht so viel. Wenn sie sich versammeln können, können die revoltieren. Meine Frau meint, ihr macht eure Sache ganz gut. Oh, wir machen schon 210 Taken. So, Salz das nächste. Wir haben Most noch im Lager, aber das Zeug müssen wir... gefüllt kriegen. So, Taverne können wir auch schon mal setzen. Da wir hier eine Kirche später stehen haben wollen, dann setzen wir unsere Taverne einfach mal hier so. Hier hin. Nüxt mittig. So, wären wir jetzt tatsächlich gerade nicht in der EI-Mort, wären wir jetzt schon bei Bürgern. Aber wir sind in der EI-Mort. Haben wir das Kloster diesmal auf der Insel? Nein, wir haben diesmal keine neutrale Kraft auf der Insel. Das ist schade. Ähm... Wie arbeiten wir denn hier? Wir müssen uns von hier aus durcharbeiten, auf alle Fälle. Oder wir arbeiten diesmal auf diese Art und Weise durch. Aber ich würde mich ganz herzlich lieber so an die Sachen annähern. Das bedeutet, wir setzen. Da ist noch eins für den Übergang. Hier ist glaube ich das Beste, was wir hin kriegen. Das kann erstmal abgerissen werden. Wir kriegen noch immer volle Rückerstattung. Das ist nett. So, wir könnten hier noch so einen Speicher einsetzen. Ah. Ärgerlich. Dann ziehen wir die Straßen halt so. Dann ist das jetzt unsere Linie, nach der wir uns orientieren. Und dann schauen wir an. Wie haben wir Mosthöfen noch gleich gebaut? Äh... 25 davon. Erstmal werden die Bäume losgeworden. Dann für die Übersicht über den ganzen Kram haben. Wir bauten mit Feldern, die so breit waren wie ein Markthaus im Endeffekt. Da kommen wir jetzt in den künstlichen Kanal da so rein. Da müssen wir immer Zugriff drauf haben. Von maler Zeit, wie hatten wir die Mosthöfen noch gleich gebaut gehabt? Zuerst mal haben wir genügend Holz, damit wir wieder einen weiteren Schub geben können an den Leuten. Dann für jetzt ist für das erst nämlich Planung gefragt. Wie sah das Ganze noch gleich aus mit den Mosthöfen? Also ich erinnere mich, wir hatten einen Mosthof. Okay, wir brauchen Holz. Gibt Gummi. So, wir hatten einen Mosthof. Der basiert dann darauf, dass er hier die gleiche Fläche benutzen würde wie ein einziges Fels. Ah, ich glaube, ich erinnere mich. Wir haben so zwei Mosthöfe nebeneinander gesetzt. Den dann in ihre entsprechenden Felder gegeben. Was natürlich nicht ausreichen wird so, aber jetzt kam hier eine Straßenanbindung und hier eine Straßenanbindung. Und dann kam das. Und das reicht schon für die 100%. Dann können wir diese Linie jetzt ewig weiterziehen und dann haben wir es ja. Ah, da kommt unser Werkzeug rein. Das ist auch schön. So, dann können wir hier bereits dann hätten wir das Ganze sogar ein Stückchen weiter nach hier versetzen können. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Damit wir möglichst viel Platz nutzen können. Das machen wir jetzt auch. Wir ändern das mal ganz kurz oben. Nein, nein, nein. Das ist falsch. Das ist falsch. Stopp. Das ist richtig. Ich bin tatsächlich froh, dass wir doch schon ganz effiziente Methoden gefunden haben, mit denen wir unsere Sachen zusammen setzen können. Nein, hier. So, die arbeiten jetzt mit 100%. Ja. Warum fehlt da eine Straße? Und dazu können wir abreißen. Gut. Brauchen wir so viel Most eigentlich? Ich glaube, zwei werden für das erste reichen. Ich hätte überlegen, wie haben wir das hier gemacht. So hatten wir das gemacht. Das hat nämlich ja perfekt gepasst. Da konnten wir so setzen. Und so und so und so. Da konnten wir mit fünf arbeiten. Denn hier einen in die Mitte setzen. Das war falsch. Und da können wir das dann so um kontrasymmetrisch setzen. Ich bin nicht sicher, ob das Wort überhaupt existiert. Aber jetzt existiert es. Und das beschreibt das, was wir gerade getan haben. Wir können mal. So. Wenn wir schon Steinstraßen drin liegen haben, wenn man einfach so greifen kann. Und dann wissen wir was. Wir greifen uns die Steinstraßen auf. Die Straße auch hier so rein. Dann haben wir immer Zugang von alles, was wir sofort brauchen. Jetzt können wir Gummi geben. Salz ist das nächste, was ansteht. Stoffe werden beschafft werden. Salz können wir hier dann beschaffen. Sekunde. Einmal, einmal. Nein, das funktioniert nicht. Habt ihr mich überrascht? Wenn wir mehr Salz kreieren können, indem wir es einfach mit Süßes Wasser begießen. Das wäre dann doch leicht lächerlich geworden. Nein. Aus. Pfui. Böse. Sie hat ein gutes Geschäft gemacht. Danke. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ihre Bevölkerung sehnt sich nach Gemeinschaft. Ein Mikroruckler. Also, dann� Vielen Dank.